Hallo ihr lustigen Menschen da draußen, ich begrüße euch hier wieder mal zurück zu World of Warships mit Mr. Mörb. Wie ihr gerade eben seht, habe ich gerade eben in einem Gefecht, in meinem ersten Gefecht mit der... Wir werden es gleich sehen, ich habe den Namen vergessen. Die freie Erfahrung endlich freigespielt. Also ich hatte es ja schon mal erwähnt, man muss sich in diesem Spiel, zumindest zur Zeit, ich weiß nicht ob das so bleiben wird, so Tutorial mäßig, dass man wahrscheinlich nicht erschlagen wird von der Menge an Informationen. So nach und nach alles erstmal so freispielen, also in dem Fall jetzt hier die freie Erfahrung, davor ich glaube, war noch irgendetwas anderes. Und später wird es dann auch die Mannschaft bzw. der Kapitän sein, den habe ich immer noch nicht. Schauen wir doch mal, was hier jetzt gerade eben dran steht. Free Experience can be used to research any ship or module. Ja gut, das kennen wir ja schon von World of Tanks. 5% der Erfahrungen, die man in einer Schlacht verdient, werden als freie Erfahrung gutgeschrieben. Du kannst außerdem freie Erfahrung, die man verdient hat, auf Elite- und Premium-Schiffen bekommen. Und 25 undistributed XP can be covered. Ah ja, okay. Man kann sozusagen für ein Gold 25 nicht verbrauchte Erfahrungen umwandeln, so wie das aussieht. Okay, also man verbraucht seine freie Erfahrung nur dann, wenn man etwas erforschen möchte, wo einem die normale Erfahrung auf dem Schiff nicht ausreicht, ähnlich wie bei World of Tanks. Und wir haben 3000 freie Erfahrungen jetzt einfach mal so für lau bekommen. So genau, und ich bin nämlich mit der Samson gefahren. Das Ding habe ich mir jetzt zum ersten Mal vorhin geholt. Ein Random-Battle gespielt. Habe selber dabei gläglich versagt, weil ich auf diesem Niveau, sage ich jetzt mal, auf dem ich ja momentan nicht noch befinde, trotzdem noch ein Noob bin. Es ist vollkommen anders als World of Tanks nach wie vor. Ja, und jetzt können wir mal schauen, wie viel freie Erfahrung haben wir. Wir haben genau 3000. Und ja, so sieht es jetzt aus mit Convert Experience, wie wir sehen. 25 XP und ein Gold ergeben dann 25 freie Erfahrungen. Ja, so sieht es momentan aus. Also wir haben irgendwo Punkte übrig, aber ich sehe das jetzt momentan gerade eben ehrlich gesagt nicht ein. So, ich habe mir jetzt wie gesagt die Samson geholt. Das ist der Tier 2 Zerstörer, der Amerikaner. Und ich möchte gleich mal etwas dazu sagen. Wir sehen hier gerade eben ja nochmal, ich bin ja mal auf die Werte hier eingegangen. Hier zum Beispiel haben wir Concealment 96. Das ja so etwas Ähnliches wie Aufklärung mehr oder weniger repräsentiert. Also hier Surface Detectability Range 5,9 Kilometer. Air Detectability Range 3 Kilometer. Wenn wir jetzt mal auf die Chester gehen, da sehen wir etwas Interessantes. Concealment 80, hier hatten wir 96. Aber das Ding hat eine deutlich höhere Aufklärungsreichweite. Das bedeutet, dass die Werte, die hier dran stehen, also diese ganzen Schiffsattribute, nennen wir es mal so, die sind nur innerhalb der Schiffsklasse anscheinend gültig. Vielleicht sogar auch nur auf der Schiffsklasse auf dem Tier. Aber auf jeden Fall scheint es Schiffsklassenabhängig zu sein. Denn ansonsten ist es für mich nicht zu erklären, warum hier die Samson als Zerstörer einen höheren Concealment-Wert hat, aber am Ende dann doch eine geringere Sichtweite im Vergleich zur Chester. Wir können mal gucken, ob es mit der Katori ähnlich ist. Die Katori ist ja ebenfalls ein Kreuzer. Hat hier eine 75, 9,2 Kilometer Aufklärung, 5,5 in der Luft. Und hier haben wir genau dasselbe Spiel, wie wir sehen. Der Wert ist deutlich höher, aber wir haben hier einen geringeren Wert bei der Umikaze. Ich möchte mal direkt vergleichen, ob die Werte zwischen den beiden Nationen vergleichbar sind. Hier haben wir eine 75 mit 9,2. Und hier haben wir eine 80 mit 8,5. Also so wie es aussieht, höher scheint trotzdem besser zu sein. Ansonsten, wobei... Kann man anscheinend nicht pauschalisieren. Wie wir sehen, hat die Katori einen höheren Surface-Detectability-Range bei einem geringeren Concealment-Wert und einen höheren Air-Detectability-Range. Die Chester dagegen hat den höheren Concealment-Wert, aber ist in beiden Werten schlechter. Das wirft in mir jetzt die Frage auf, ob der Wert hier geringer sein muss. Das können wir theoretisch bei der Samson ganz, ganz kurz mal überprüfen. Ich habe ja hier jede Menge freie Erfahrung, wir gehen mal hier drauf. Kann man da etwas verändern? Da bekommen wir hier plus 1... Ne, das ist Manövability da. Plus 1, ne, das muss ich gerade eben noch nicht machen. Was ist jetzt da? Müsste eigentlich den Conceal... Ne, auch nicht. Okay, also ich kann es gerade eben gar nicht überprüfen. Muss ich ganz ehrlich gestehen, das weiß ich jetzt gerade eben gar nicht. Vielleicht können wir es mit der Eerie und mit der Katori vergleichen. Ähm, 83, 75, aber hier ist der 83, 8,3, 8,5. Ich muss ganz ehrlich zugeben, das ist mir momentan ein Rätsel. Also diese Werte, die hier dran stehen, insbesondere bei Concealment, sind für mich momentan sowas wie böhmische Dörfer. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ähm, auf jeden Fall, was klar ist, die Anzahl der AA-Guns, also diese Werte hier müssen anscheinend höher sein. Genauso wie Survivability. Wie das mit dem Concealment sich darstellt, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich keinen Plan von. Was wir jetzt machen ist, ähm, ich habe ja natürlich jetzt hier jede Menge freie Erfahrung. Ich möchte jetzt erstmal hier, ich habe ja schon 300 XP, hier ein paar Punkte ausgeben. Ich möchte jetzt hier erstmal, äh, natürlich die besseren Torpedos haben. Das ist ja schließlich ein Torpedo-Lounger. Aber Moment, nee, Blödsinn. Da stand doch irgendwas von 120, Baby. Wieso willst du mir jetzt hier gerade eben einen Bären aufbinden? Das ist ja mal interessant. Da haben sie anscheinend die Werte geändert. Leute, aber hier stehen immer noch andere dran. Ist das hier genauso? Nee, hier sind es 190. Oder ist das ein Bug? Research Price, 120. You will also research this. Ach nein, habe ich das immer noch aktiviert? Hä? Ach nein! Klar, so funktioniert das. Jetzt habe ich es begriffen. Ich muss natürlich das hier als Basis für das hier machen. Ja, das können wir machen, dann haben wir gleich beides. Dann gebe ich halt die 10 freie Erfahrung auf. Aus. So rum. Und ich würde sagen, äh, Moment, das ist dann gleich noch. Moment, wir mounten das natürlich auch noch gleich. Für 3200. Und das hier wird natürlich auch noch gleich gepurchased und gemounted. So. Und dann haben wir nämlich jetzt auch gleich ein paar Lebenspunkte mehr. Und ich würde einfach mal sagen, ich habe jetzt sieben Minuten gebabbelt. Jetzt gehen wir ins Gefecht. Oh, und diesmal ging es relativ schnell. Bei meinem vorherigen Gefecht habe ich sehr, sehr lange warten müssen. Ähm, wir sind wieder hier in einem, in dieser Teammission. Drei Punkte einnehmen, erobern und halten. Ähm, es ist ein Zweiergefecht. Es gibt gar keine Dreierfahrzeuge, was ich persönlich jetzt gerade eben sehr begrüße, muss ich ehrlich zugeben. Vorhin hatte ich ein Dreiergefecht, da hatte ich relativ schlecht ausgesehen. Und, ähm, ich bin jetzt mal gespannt, wie ich mit der Karre jetzt zurechtkomme. Und vor allem auch, wie viele Lebenspunkte wir jetzt haben. 9100, also ein bisschen mehr als Feuer. Das finde ich auch sehr schön. So. Ich würde einfach mal sagen, wir versuchen gleich mal etwas zu erobern. Und ich habe noch nie meinen Rauch eingesetzt. Ich möchte mal den Rauch einsetzen. Gucken wir mal, wie schnell das Ding ist. Ich beschleunige jetzt einfach mal, fahr mal aggressiv vor, ne? Maximale Geschwindigkeit. Wir haben jetzt schon 27 Knoten erreicht. 28 Knoten. Tendenz steigend. 29 Knoten, 1, 2, 3, 5, wow. 29,5 Knoten erreicht das Ding. Das ist wirklich verdammt schnell. Das ist, äh, glaube ich, fast ein Drittel schneller als die Eerie. Naja, gut, wir sind aber auch kleiner und deutlich leichter gepanzert. So, ich gehe jetzt da rein. Und versuche gleich mal ein bisschen zu cappen. Ich hoffe, dass meine aggressive Vorsturmtaktik sich da irgendwie auszahlt. Und wenn, sobald ein Gegner auftaucht, mache ich sofort den Rauchen. Da kenne ich nix jetzt, also versuchen wir einfach mal hier was zu erobern. Oh, da ist ein Gegner. Böse, 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 böse. Und Rauchen. Ah, Moment. Das haben wir auf jeden Fall mal geschossen. Ah. Oh, den haben wir gut getroffen. Ho, 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 ho. Das war lustig. Das hat mir Spaß gemacht. Na, komm schon, Baby. Ich habe noch mehr für dich. Da kommen auch noch irgendwelche Torbedos, aber dem bin ich anscheinend gerade ausgewichen. Und einen Abschuss. Sehr schön. Ich glaube aber, dass ich mich jetzt mal hier aus dem Staub mache. Oh je. Ja, das mache ich auch. So, erstmal hier die Torpedos rüber geschickt und dann nix wie weg. Und schön in Bewegung bleiben. Schön in Bewegung bleiben. Ich weiß gar nicht, ob gerade eben auf mich geschossen wird. Ich will es auch ehrlich gesagt gerade gar nicht wissen. So, mitten durch die Boje durch. Kevin, kannst du jetzt gerade eben kurz mal alleine, mein Freund. So, und jetzt mal zielen und schießen. Das können wir ja schließlich auch noch tun. Bam, 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 bam. Jawoll. Critical Damage. Und Base Defending. Äh, wir haben ein Critical Damage, das ist nicht gut. Wenn denn. Ich glaube, wir brennen gerade eben sogar. Ne, tun wir nicht. Oder noch. Ich repariere mal, rein aus Vorsicht. Ich habe gerade eben nichts ange... Oh, wir haben einen Flattig gekostet. Das hat mir gefallen. So, komm, ich schicke mich auch mal da rüber. Vielleicht kriegen wir den Kollegen, ja. Man weiß ja nie, man weiß ja nie. Oh nein! Mit was hat er uns denn getroffen? Boah, ich glaube, der müsste mich mit AP getroffen haben. Ne, die Torpedos, die gehen jetzt natürlich leider vorbei. Und so wie es aussieht, verlieren wir diese Schlacht auch. Aber, ich muss ganz ehrlich sagen, der Anfang, der hat mir sehr gut gefallen. Gehen wir mal, äh, haben wir irgendwo noch eine Samson? Was bist du? Du bist eine Chester. Haben wir irgendwo noch eine Samson? Ne, wir haben keine Samson, ne. Die sind alle schon durchgegangen. Also, was ich schon festgestellt habe, was definitiv was bringt, wenn ihr irgendwie einen Zerstörer seht, so wie ich jetzt gerade eben einer war, was total tödlich ist, ladet AP, und das geht durch. Also, ich bin vorhin mit einer Salve zerstört worden. Ich bin in den Nahkampf gegangen, ein gegnerischer, äh, Cruiser hat auf mich geschossen. Ich dachte eigentlich quasi so, ja, mit einer Eerie überlebst du das ja auch eine Weile. Aber die Eerie hat eine starke Rumpfpanzerung. Und, äh, du kommst halt locker flockig mit, mit AP bei den kleinen Zerstörern durch. Und das interessiert dann einfach sozusagen überhaupt nicht, äh, wie viele Lebenspunkte du hast, wenn die Dinger durchschlagen, machen die AP-Dinger maximalen Schaden und dann ist es vorbei. Also, es war eine AP-Salve, die mich da ausgeschaltet hatte, das konnte ich hinterher nachvollziehen, weil sonst niemand auf mich geschossen hatte. Es sieht leider gar nicht gut aus in dieser Schlacht. Also, die Gegner sind definitiv hier gerade eben am, äh, Oberwasser entwickeln. Aber, man soll natürlich nur nicht den Tag vor dem Abend loben und auch nicht verfluten. Wobei, es sieht schon sehr schlecht aus. Die Gegner haben ein Drittel mehr Schiffe als wir. Auch wenn unsere sich jetzt hier gerade eben ballen. Ich fand's schade. Ich wäre gerne nochmal näher rangekommen, als ich wirklich finde es. Ich hab ja auch wirklich versucht auszuweigen. Muss man ganz ehrlich sagen. Also, jetzt nicht unbedingt skilled. Also, nicht over skilled, weil dafür bin ich einfach noch zu unerfahren in diesem Spiel. Aber ich hab ja versucht auszuweigen und trotzdem wurde ich hart getroffen. Also, ich finde, die Zerstörer, meiner Meinung nach, sind die einfach noch ein bisschen schwach auf der Brust. Ähm, das macht, glaube ich, auf Dauer einfach keinen Sinn, wenn man zu schnell einfach weggeholzt werden kann. Oh, da kommt ein Torpedo. Und, zack! Ist trotzdem wunderschön anzuschauen, Leute. Oh, und da hat's noch ein paar andere Gegner. Wenn die jetzt den kleinen wegkriegen, dann könnten sie glatt ausgleichen. Na? Kriegt ihr den weg? Oh Gott, Torpedo ist gerade so ausgewichen. Hey, man! Das ist ja das Interessante. Also, man macht ja ähnlich wie bei World of Tanks mit den HE-Geschossen. Natürlich immer Schaden, aber man macht weniger Schaden. Währenddessen, wenn ihr mit den AP-Shells durchschlagt, dann ist relativ schnell Ende Gelände. Wir sehen gerade eben, die schießen auf den kleinen alle, so wie es aussieht mit den HE-Shells. So steckt dann natürlich einiges weg. Wenn die allerdings mal einmal eine AP-Shell laden würden, ja gut, das haben sie trotzdem erwischt. Und dann würde die Sache wieder ganz, ganz anders aussehen. Und apropos ganz, ganz anders aussehen. Wir sind jetzt gerade eben dabei, Gegnerschiffe hier zu zerstören, so wie es aussieht mit unserem Team, also mit dem überlebenden Team. Aber die haben gleich alle drei Punkte erobert. Ich weiß ehrlich gesagt gerade eben gar nicht, wie das genau aussieht. Wir gehen mal da rüber. Da ist gerade eben da drüben ein, äh, eine Chester, mehreren Torpedos entgangen. Ich hätte mich vielleicht vorhin, äh, weiter zurückziehen sollen und nochmal warten sollen, bis ich, äh, meinen, 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 meinen Rauchnebel zur Verfügung wieder gehabt hätte. Aber, naja, das, äh, schiebe ich jetzt einfach mal auf die Unerfahrenheit. Nach wie vor produzieren die Gegner jede Menge Punkte, wir gerade eben leider gar nicht. weil unsere Schiffe sich wirklich einfach nur momentan aufs Überleben konzentrieren. Wir haben gerade eben ein weiteres verloren, die Chester drüben ist verloren. Was wir jetzt haben, sind nur noch zwei Chester und eine Chikuma. Die Gegner haben eine Omikaze, zwei Chikuma und eine Albany. Nicht, dass mir das irgendetwas sagen würde. Das Lustige ist, dass hier diese Chikuma noch volle Hitpoints hat. Ich hoffe, das ist ein gutes Zeichen. Auf der anderen Seite, ja gut, ich glaube, man kann natürlich das Gefecht auch einfach durch maximalen Overkill gewinnen. Aber ich sag's mal so, drei gegen vier. Uh, das war gerade eben eine gute Salve. Die war ordentlich. Wenn jetzt nochmal alle treffen, dann hat da drüben die Chikuma ordentlich Probleme. ist jetzt schon halb runtergeschossen. da ist nochmal so ein kleineres Schiff, eine Omikaze. Eieieiei, aber unsere Chikuma hier, auf der wir gerade eben draufschauen, die frisst gerade eben auch ordentlich Schaden. Auf der anderen Seite, das ist immer noch besser als auf einen Benetweiden, weil die haben weniger Hitpoints. Wobei, die beiden sich jetzt hier gleich nicht mehr viel schenken. das Wichtigste ist, dass sie jetzt eigentlich, oh nein, weich aus, mein Freund. Nein! Eins, zwei und vorbei. Ach jetzt, ich komme schnell auf das nächste Schiff hier drauf. Das waren verdammt gut gezielte Torpedos. Zack, zack. Jetzt erleben wir gleich einen Nahkampf. Ich frage mich, ob wir jetzt vielleicht auch gleich die sekundären Geschütze sehen. Gucken wir mal, ob das hintere da unten auf das schießt. Uiuiuiuiuiui. Uh, dein Rammerngriff! Boah! Heiliges Kanonenrohr. Die haben sich gegenseitig zerstört. Ach du Schande. Ja, man darf nicht vergessen, dass da glaube ich auch der Gewichtsunterschied bei den Schiffen eine ordentliche Rolle spielt. Ja, und ich glaube, der gute Kamerad hier, der hat keine Chance. Boah, der hat gerade einen echt übenden Treffer kassiert. Die Chester, die segnet jetzt glaube ich gleich das Zeitliche. Sobald die nächste Zahl betrifft, dürfte es das gewesen sein mit 400 Hitpoints. Reicht wahrscheinlich schon ein Delfin, der versehentlich mit dem Schiff kollidiert. Ja, da haben wir ihn auch. Den Flugdelfin. Wir haben verloren, aber wir haben trotzdem eine riesige Menge an Erfahrung gemacht für das, was wir hier angerichtet haben. Ich habe ja auch zwei Missionen completed. Das fand ich gerade eben sehr, sehr schön. 43.000 Crabits gemacht, das ist auch sehr, sehr gut. Wie sieht es denn aus? Wie gut waren wir denn? Wir waren drittbester. Wow! Ich bin beeindruckt. Geil, gefällt mir. Ja, aber das lag sicherlich an der Aktion am Anfang. Das war richtig, richtig cool. Hat mir echt gefallen. Boah, der hat fünf Gegner anscheinend zerstört. Krass. Das ist echt krass. Also, der war echt gut, der Typ. Hm. Schade, schade, schade drum. Wir schauen mal, wir haben jetzt ordentlich viele Punkte. Das Problem ist, wir haben viel zu viele Punkte. Ne, stimmt gar nicht. Zu viele Punkte haben wir gar nicht. Na, kommt schon, lad, lad, lad. Denn wir können die Punkte jetzt hier quasi auf den nächsten Zerstörer natürlich dann ausgeben. Ich dachte gerade eben schon, die Punkte werden verloren, aber, ja, Denkfehler. So, da sind wir auch schon. Module. Jetzt können wir mal gucken, wenn wir das hier einbauen, bekommen wir eine zehnprozentige Feuering Range Increase, also eine Erhöhung um zehn Prozent der Feuerreichweite. Und, ähm, das bedeutet, dass wir am Ende bei 8,6 Kilometer sind. Wird eingebaut. Ja, erster Forschung dann eingebaut, schon klar. Moment, muss husten. So, und dann schauen wir doch mal, was würde denn laut Tech Tree danach kommen und was würde es kosten. Danach würde die Wickes kommen oder die Wickes oder was auch immer. du würdest kosten 1.900 Punkte. Da sind wir natürlich noch ein bisschen von entfernt, wobei auf der anderen Seite, wenn wir noch mal so ein Mega Match hinbekommen, was ich nicht glaube, dann, äh, ist das relativ zu betrachten, dann ist das ganz, ganz schnell passiert. Auf jeden Fall muss ich sagen, also das Ding hier macht Spaß, es ist verdammt schnell. Ähm, ich muss mal ein bisschen üben, wie man mit diesen Dingern rumfährt. Ich weiß noch nicht, was mir so liegt. Ich muss auch zugeben, gehen wir doch mal auf den Tech Tree. Ich kenne ja noch gar nicht, was ist, also noch gar nicht all die Möglichkeiten. Hier gibt es jetzt ja noch die Trägerschiffe bei den Amerikanern. Da kommt man von der St. Louis aus hin. Habe ich natürlich auch noch nicht freigeschaltet. Gehen wir mal auf die Japaner. Die haben keine Trägerschiffe, so wie es aussieht, sondern die haben Battleships. Bin mal gespannt, ob die das aufrechterhalten, dass manche Schiffe da, äh, keinerlei, ähm, also, dass manche Nationen keinerlei Schiffstypen in irgendeiner Art und Weise besitzen, also, sondern einfach sozusagen so spezialisiert bleiben. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Phänomen. Moment, wenn wir gerade mal gucken. Genau, hier ist die Warspite. Da gab es neulich irgendwelche, ähm, Videos auf YouTube zu sehen und irgendwelche Announcements auf Wargaming. Das erste Britenschiff, die Royal Navy, was ich auch absolut richtig finde. Ich bin total auf die Deutschen, Schiffe gespannt, denn, äh, bei den Deutschen erwarte ich mir unglaubliche Moloch-Schiffe, so, dass wir die Bismarck oder sowas, also so riesige Dreadnoughts, müssten die ja eigentlich bringen. Ähm, im Großen und Ganzen können die die eigentlich nicht ewig rausschieben, weil die sind da ja quasi wirklich entscheidend gewesen. Ich meine, letztendlich haben die, okay, die alle hier, wobei eigentlich nur die USA haben gegen die gekämpft, aber die, die und die haben immer wiederum gegen die Deutschen gekämpft. Ne? Darf man nicht vergessen, wenn man auf die Geschichte guckt. Ja, liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr fandet es interessant und, äh, habt mal so gesehen können, wie, äh, Nubi, der Mörb mal wieder mit den Schiffen rumguckt. Aber, ich fand, unsere erste Aktion war gar nicht mal so schlecht. Das Schiff zerstören. In dem Sinne, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss und ade. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.